Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Tele-Stammtisch. Es erwarten euch erneut drei Filme, die wir besprechen und die sind ganz unterschiedlichster Couleur. Zu Beginn werdet ihr den Andi hören. Andi war in der Presseverführung zum Film Belleville Cop. Belleville Cop ist der aktuelle Film mit Omar Sy, dem man spätestens seit Ziemlich Beste Freunde, also dem Original, dem französischen Original kennt. Er hat sich den Film für uns angeschaut und uns seiner Meinung kundgetan. Im Anschluss bekommt ihr den Nazi-Film der Woche direkt besprochen von Dominik und mir. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut und ich sag mal so, ein Film, der zumindest anders ist, als ich ihn erwartet habe. Und zu guter Letzt bekommt ihr die Besprechung einer Dokumentation auf die Ohren. In Generation Wealth geht es, und das vermittelt der Trailer, anscheinend um Menschen, die sehr viel Geld haben und vielleicht nicht wissen, wohin mit diesem Geld. Die aber auch erzählen, wie sie zu diesem Geld gekommen sind. Und unter Umständen geht die Dokumentation noch ein bisschen weiter. Gesprochen habe ich hier mit dem Marc und auch mit dem Daniel. Wir drei haben uns hingesetzt und versucht, da so ein bisschen unsere Meinung ins Mikro zu plaudern. Und jetzt könnt ihr gespannt sein, was euch da erwartet. Für alle, die uns noch über YouTube hören oder über Spotify, die möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass es die Filmkritiken ganz aktuell nun eben auch in einem eigenständigen RSS-Feed gibt. Das wisst ihr, ihr findet in den Shownotes alle notwendigen Daten, die ihr braucht. Also addet nicht nur den Hauptfeed, wo weiterhin reguläre Ausgaben und Specials kommen, sondern eben auch den Extrafeed für die Filmkritiken. Teilt uns, liked uns, sprecht über uns und nehmt vielleicht auch mal teil. Meldet euch einfach, es gibt nur Möglichkeiten, euch vorab in Filme zu bringen, über die wir dann hier gemeinsam sprechen können. Nun also viel Spaß bei den Filmbesprechungen zu filmen, die jetzt hier am 30. und 31. in die Kinos kommen. Vielen Dank, ciao! Hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Heute mit einem Single-Cast, das bedeutet, ich bespreche heute alleine einen Film, den ich mir im Kino angeschaut habe, der bald in die deutschen Kinos kommt. Kurz zu mir, ich bin der Andi, Grafikdesigner und Comiczeichner aus München und ausgesprochener Filmfan. Das heißt, ich habe meine Abschlussarbeit über Filmdesign gemacht und als Diplomarbeit einen Stop-Motion-Animationsfilm. Den könnt ihr euch auf meiner Seite gerne anschauen. Den Link packe ich in die Shownotes. Aber genug mit der Schleichwerbung. Eigentlich geht es heute um einen Film namens Belle Willkop. Der kommt am 31. Januar in die deutschen Kinos. Und es handelt sich dabei um eine Body-Cop-Action-Komödie. Freigegeben ab 12 Jahren und mit einer Laufzeit von 1 Stunde und 51 Minuten. Es handelt sich um eine französische Produktion. Regisseur ist der Mann Rachid Bouchareb aus Frankreich. Und dieser Herr hat schon einiges gemacht und hat sogar schon eine Oscar-Nominierung eingeheimst. Und diverse Nominierungen für den Goldenen Bären und war auch schon in Cannes vertreten. Und die zwei Hauptdarsteller des Films sind Oma Sie, bekannt aus der sehr erfolgreichen Komödie Ziemlich Beste Freunde. Oder zum Beispiel auch Nebendarsteller in Jurassic World. Den kennt ihr sicher. Und auch ein bekanntes Gesicht an seiner Seite, Louis Guzman. Ein ewiger Nebendarsteller, sag ich mal. Also ihr kennt sein Gesicht sicher aus Filmen wie Traffic, Magnolia und diversen Komödien wie Die Wutprobe und so weiter. Auf andere Schauspieler oder Charaktere gehe ich jetzt erstmal weniger ein. Die erwähne ich dann im Laufe der Zusammenfassung. Ja, und worum geht's? Oma Sie spielt einen Straßenkopp in einem Pariser Vorort namens Belleville. Er heißt Baba und dort ist er eben auf Taschendiebstahl spezialisiert. Schlägt sich sonst mit seiner Mutter rum, mit seiner Freundin und hat auch Stress im Job. Und eines Tages besucht ihn ein alter Freund aus Miami und erzählt ihm von üblen Drogengeschäften zwischen Miami und Belleville. Doch bevor er alles erzählen kann, wird er beim Abendessen erschossen und die Täter flüchten. Und daraufhin macht sich Baba auf nach Miami, um das alles aufzuklären. Er reist also mit seiner Mutter nach Miami und wird dort mit einem Miami-Polizisten verpartnert. Und zwar dem von Luis Guzman gespielten Garcia, auch ein typischer Kleinstadt-Cop, genervt von der Arbeit, ebenfalls genervt von seiner Mutter und generell ziemlich depressiv. Der hat überhaupt keinen Bock auf seinen neuen Partner, den coolen Sunnyboy aus Frankreich und ist auch überhaupt nicht daran interessiert, diesen Fall aufzuklären. Und so kommt es immer wieder zu Streits und Konflikten zwischen diesen beiden. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Und ab hier liegt das Hauptaugenmerk auch eher auf der Beziehung zwischen den beiden ungleichen Partnern. Wobei Oma sie natürlich den coolen, sympathischen Sunnyboy aus Frankreich spielt. Und Luis Guzman ist eben der dicke, dumme, ja und ziemlich unsympathische Vorstadt-Cop. Die Witze beschränken sich dabei leider auf Verständigungsprobleme, wie zum Beispiel, ob man jetzt einen verdächtigen Boyer oder Boyer ausspricht. Das zieht sich durch den ganzen Film. Und auch sonst hat der Film wenige Lacher am Start. Also viele Dialoge enden ohne Pointe. Und auch auf coole Sprüche wartet man hier vergeblich. Also weil Oma sie ist eher der sympathische Gentleman, wobei er dann auch wieder ein Macho sein soll, der die Frauen in Miami cool anspricht. Aber das klappt auch nicht so wirklich. Da beschränkt sich der Dialog auf. Hey, wie geht's? Gut. Kann mich nicht beklagen. Und sonst. Und das war's. Also die coolen Sprüche à la Eddie Murphy in Beverly Hills Cop, einem der vielen Vorbilder des Films, lassen hier auf sich warten. Und auch die andere Situation, aus denen der Film ständig versucht, irgendwelche Lacher rauszukitzeln, ist eben die Beziehung zu seiner Mutter, die einfach nur dabei ist und nervt. Und er ist genervt oder macht sich über sie lustig, sie macht sich über ihn lustig, versucht sich in die Ermittlungen einzuschalten und sitzt rum, trinkt Wein, macht ihren Führerschein und das alles regt ihn auf, hat nichts mit der Handlung zu tun und ist ehrlich gesagt eher nervig und hat mit der Handlung nicht viel zu tun. So konnte ich leider mit dem Humor des Films relativ wenig anfangen. Bei vielen Dialogen hatte ich das Gefühl, als wäre da viel Lost in Translation. Also manche Dialoge wirken wirklich so pointenlos, dass man sich denkt, vielleicht ist es im Originalton irgendwie eine coole Redewendung oder so weiter. Aber hier auf Deutsch funktioniert es nicht. Kommen wir deshalb zum weiteren Punkt, den der Trailer und auch die alle Beteiligten laut Pressemappe versprechen, einem explosiven Action-Buddy-Cop. Comedy-Film, die Comedy kam ja schon mal nicht so gut rüber, kommen wir also zu Action. Nicht vorhanden, leider. Es gibt zwei Schießereien auf Tatortniveau, keine einzige Explosion zum Beispiel, was ja nicht schlimm wäre, bloß bei einem exklusiven Action-Kracher erwartet man eben eine Action-Szene. Und eben außer diesen angesprochenen einminütigen Schießereien gibt es eben zwei Handgemenge, möchte ich sagen. Schlägerei ist ja schon fast übertrieben. Also an der Action hapert es auch gewaltig. Ja und so stinkt der Film ziemlich gegen seine Vorbilder ab, die er auch immer wieder zitiert. Bad Boys fürs Leben, ich bin zu all für den Scheiß aus The Little Weapon und Miami Vice T-Shirts. Also Oma Sie lässt keine Gelegenheit aus, irgendwie klarzumachen, dass er ein großer Fan von amerikanischen Cop-Filmen ist. Aber das wirkt dann leider durch dieses komplette Verfehlen eher traurig. Und auch die Musik ist klar eine Hommage an 80er oder 90er Jahre Action-Filme wie Beverly Hills Cop oder Shaft auch. Aber das verpufft einfach total. Also es reicht nicht zur Hommage, es reicht nicht zur Persiflage wie zum Beispiel Hot Fuzz oder so, der hervor Zitaten strotzt, aber halt dabei sauwitzig ist. Sondern der Plot soll ja ernst sein. Also es ist eine unlustige, actionlose Action-Komödie. Deshalb kann ich dem Film nur, ich würde mal einen halben Punkt von 5 geben, der nur so zustande kommt, dass ich mir denke, im Originalton glaube ich, kommt da einiges mehr rüber. Also diese Sprachprobleme zwischen Französisch, Englisch und Spanisch vielleicht sind da die Dialoge etwas witziger. Aber ich kann es nur erahnen. So gebe ich ihm diesen halben Gnadenpunkt. Aber empfehlen, also ich würde sagen, wer eine Persiflage auf Buddy Cop Action-Komödie sehen will, sollte sich Hot Fuzz anschauen. Wer einen richtig guten sehen will, schaut sich einfach einen Klassiker an wie Bad Boys oder Beverly Hills Cop. Oder wer was Neues sehen will, vielleicht Kiss Kiss Bang Bang mit Robert Downey Jr. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Herzlich Willkommen zur Besprechung des Films Das Letzte Mal. Das Letzte Mal ist ein deutscher Film, der eine Laufzeit von einer Stunde zwanzig hat, definitiv ein Historiendrama ist und am 30. Januar 2019 in die deutschen Kinos kommt. Ich begrüße zur Besprechung den Dominik. Guten Tag. Guten Abend auch. Hi. Und alles gut? Ja, muss ja, ne? Muss ja, ne? Sehr schön, wieder hier zu sein. Ja, du gehörst jetzt auch zum erweiterten Team des Tele-Stammtischs und wir haben dich jetzt ja regelmäßig auch am Start. Finde ich mega nice. Und wir hatten vorab ja auch schon mal so ein paar Worte gewechselt zu dem Film, den wir heute besprechen wollen. Und ich möchte gern vorher einen großen Disclaimer quasi raushauen, der glaube ich wichtig ist, um unsere Kritik zu dem Film auch ein bisschen einzuordnen. Es ist ein Film, der spielt am 30. Januar 1933. Die Geschichte und die Story werden wir gleich noch zusammenfassen und befasst sich äußerst intensiv mit dem Nationalsozialismus, insbesondere eben auch mit dem Faschismus der NSDAP der damaligen Zeit, mit den in Deutschland lebenden Juden und diversen weiteren politischen Gesinnungen, Ausrichtungen und Ideen, die zur damaligen Zeit und die ein Stück weit irgendwie auch noch heute im Raum standen. Und was wir hier jetzt auf gar keinen Fall tun wollen, ist hier irgendeine Form von Bewertung wahrzunehmen und in irgendeiner Form das ja einfach zu sehr da irgendwie einfach so einen politischen großen Stempel auf unsere Kritik drauf zu ballern. In einem gewissen Rahmen lässt sich das vielleicht nicht vermeiden, aber wir wollen einfach nur klar machen, dass wir inhaltlich da möglichst keine größeren Ausführungen machen wollen, sondern rein den Film bewerten wollen. Denn der selbst bietet definitiv genug Angriffsfläche, auch wenn seine Ansätze und Absichten sicher gut gemeint sind. Spreche ich damit auch für dich? In jedem Fall, das ist halt immer so das Problem, gut gemeint, aber ja, dazu kommen wir dann. Aber das ist so generell so mein Problem, also da möchte ich auch auf jeden Fall drauf eingehen, dass es halt, ich kann mir vorstellen, dass der durchaus irgendwie positiv aufgenommen wird, aber in erster Linie wegen der reinen Thematik und nicht unbedingt wegen der Umsetzung, könnte ich mir denken. Ja, wenn man sich den Regisseur anguckt, Florian Frerichs, dann fällt auf der IMDb-Seite auf, dass er noch gar nicht so wahnsinnig viel gemacht hat, was Filme als Regisseur quasi betrifft. Er hat eine Handvoll Kurzfilme gemacht und aktuell ist ein Film namens Death Samba wohl noch in der Filmingphase, aber das letzte Mal ist sein Regiedebüt für einen großen Spielfilm. Und das ist natürlich ein Thema, das sich unter Umständen auch ein Stück weit im Film Vita spiegelt. Wir wollen mal versuchen, die Geschichte zusammenzufassen. Ich würde es einfach mal beginnen und du kannst gerne ergänzen. Wir haben hier eine jüdische Familie, die ein Mahl zu sich nimmt. Also die ganze Familie ist eingeladen, die kommt von überall her und es ist eine große Familie mit verschiedenen Geschwistern und eben Partnern dazu, die alle am gemeinsamen Tisch der Eltern quasi essen wollen. Ja, das ist die Familie Glickstein und die wollen eben am Esstisch ihrer Eltern, der Vater ist der Aaron Glickstein, gespielt von Bruno Iron, wollen die eben essen. Da sind noch weitere Gäste dabei, unter anderem auch der Rabbi der Familie, der scheint eingeladen zu sein und der Großvater, der quasi, ja einfach der, wenn man so will, ehemalige Vorsteher der Familie. Und die alle treffen sich jetzt eben zu einem Essen im Hause der Eltern und der komplette Film ist in so verschiedene Abschnitte geteilt, die sich quasi, die auch die Überschrift der einzelnen Mahlzeiten tragen. Also es gibt einen Hauptgang, es gibt ein Dessert, es gibt glaube ich auch einen Epilogbereich. Ich weiß nicht genau, ob es eine Vorspeise gab, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Also so ist eben der Film aufgebaut und hangelt sich so an diesem Konstrukt lang. Und wir haben hier diverse unterschiedliche politische Meinungen, die von verschiedenen Familienmitgliedern repräsentiert werden und da kommt es natürlich zum Streitgespräch. Hinzu kommen diverse Probleme und, also Alltagsprobleme, Geldprobleme hast du nicht gesehen, die dann irgendwie auch noch eine Rolle spielen und teilweise im Nebenzimmer besprochen werden. Man kann aber nicht sagen, dass es sich einzig und allein um ein Kammerspiel handelt, denn einige Szenen spielen immer außerhalb dieses Hauses, aber die meisten sind eben an diesem Esstisch oder zum Beispiel im Flur, Arbeitszimmer oder Balkon dieses Hauses verteilte Szenen. Yo, das würde ich so als groben Ausgangspunkt zum Film sagen und weiß jetzt gar nicht, wie sinnvoll das ist, auf jetzt jeden einzelnen Charakter am Tisch einzugehen. Nein. Nicht so. Nee, das so allein schon, weil man als Zuschauer irgendwie auch nicht so, also die werden halt nicht unbedingt alle so unglaublich toll eingeführt und man blickt auch teilweise nicht durch, wer ist jetzt die Tante von wem oder die Schwester von wem, also. Ja. Yo, ist also auch so ein Film, also ich habe dann den kurz sacken lassen, nachdem ich mir den angeschaut habe und das ist halt so ein Film, so du liest erst mal die Zusammenfassung oder die Überschrift, denkst dir so, hm, yo, ist ein Nazifilm, hast du irgendwie schon x Sachen von gesehen, also zuletzt spielte in dieser Riege unter anderem auch, Werk ohne Autor hat ja auch einen großen Teil während des Zweiten Weltkriegs gespielt und das ist natürlich irgendwie so ein Thema, das du gefühlt hunderte Male in verschiedenen Filmen schon präsentiert kriegst und auch irgendwie so, gerade in dieser Darstellungsform, so gefühlt so ein typisch deutsches Thema ist. Das soll jetzt nicht unbedingt eine Wertung meinerseits darstellen, aber es ist auf jeden Fall eine subjektive Wahrnehmung und das Gefühl, dass es viele Filme dieser Art gibt und nur wenige schaffen es, da irgendwie herauszustechen. Kannst du diesen Eindruck teilen? Durchaus, ja, es ist eigentlich so ein Film, also man, ich ehrlich gesagt, wundere ich mich halt die ganze Zeit, dass der ins Kino gegangen, gekommen ist oder jetzt ins Kino kommt, nach langem Vorlauf, weil das ist wirklich so ein typischer Film für, ja, weiß ich nicht, ARD de Geto, sag ich mal. Und der Trailer, muss ich ja sagen, hatte mich ja so ein bisschen, also war ja ein Teaser, hatte mich dann so ein bisschen gelockt, weil es sah halt, ja, so ein Jota halt besser aus als das übliche Fernsehspiel. Und, ja, was soll man da noch zu sagen, ne? Der Film selbst sieht wirklich recht gut aus. Ob er jetzt allerdings Kino-Niveau hat oder anders gesagt, ob man ihn unbedingt im Kino gucken muss, darüber kann man sich ganz sicher streiten. Ich hab, nachdem wir dann so nochmal, nachdem ich den Film gesehen hab, hatten wir kurz gesprochen und ich hatte mich vertippt und hatte geschrieben, ich wollte eigentlich schreiben, ist ein ARC deutscher Film und hatte aber geschrieben, ist ein ARD deutsch oder ist ARD deutscher Film. Und letztlich ist das gar nicht so falsch, denn zum einen ist es ein Film, der würde auch prima ins Spätprogramm der Öffentlichen passen, eben weil da auch diverse deutschsprachige, also das sind deutsche Schauspieler. Und zum anderen, weil es eben ein deutsches Thema ist, eben was ich jetzt bereits ausgeführt hatte. Und aber eben auch, weil er diese ganz klassische, absolut unnatürlich sprechende deutsche Schauspielschule quasi ein Vorzeigefilm abgeliefert hat. Alle Personen, wie sie das sind, und ich hab jetzt 1933 nicht gelebt, kann also nicht ganz sagen, wie das jetzt damals im alltäglichen Sprachgebrauch so lief, aber das ist alles so mega verkrampft. Alle sprechen äußerst deutlich, äußerst direkt, haben eine Wortwahl, die alles andere als harmonisch, lay back, innerfamilier klingt, sondern wirklich so, als ob man aus einem Drehbuch deutlich vorlesen müsste, damit auch der Letzte im Theatersaal genau versteht, was da gesagt worden ist. Und das finde ich, das tut dem Film absolut nicht gut. Das sorgt dafür, dass ich mit quasi keiner Figur in irgendeiner Form Sympathiepunkte habe. Und die haben ja teilweise wirklich auch echt Momente, wo man so ein bisschen Sympathie oder eben auch Empathie für die Figuren durchaus hätte gebrauchen können. Aber letztlich, wie gesagt, ich kann mit keiner Figur so richtig mitfiebern. Weder mit dem Vater, der Geldprobleme hat, noch mit den diversen politischen, teilweise ganz gut dargestellten Positionen, die die einnehmen. Das ist mir alles so, das ist so anstrengend irgendwie. Und nicht mal Bela B, ja, meine Überraschung des Films, der hier den Ravi gibt, nicht mal der schafft es mir hier irgendwie. Oder andersrum, der ist noch der Sympathischste von allem und selbst der glänzt nicht gerade. Das mal so rumt umschlagen im Cast. Wie sieht es denn da bei dir mit aus? Was ist deine Meinung zum Cast? Also man kann nur noch mal unterstreichen, es ist ein Film, der könnte lupenrein in der ARD laufen. Allein schon, dass man als Familiengroßvater Michael Degen besetzt hat, ist ja schon irgendwie eine Schauspiellegende. Und ja, gut, er liefert jetzt, weiß ich nicht, also er ist, glaube ich, immer noch okay. Man sagt ja immer gern so salopp, er telefoniert das halt irgendwie so durch, er schüttelt das halt aus dem Ärmel und dann ist gut. Bela B war ironischerweise einer, der mir noch mit am besten gefallen hat. Und ansonsten war das einfach so, ich weiß nicht, so unglaublich übermaneriert und überkorrekt, als wolle man irgendwie niemanden irgendwie auf die Füße treten. Und das Bescheuerte ist halt, dass der Film, also gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr direkt, aber es ist halt seltsam, der Film will halt eine unglaubliche Authentizität erzeugen und es wirkt einfach alles gekünstelt. Es wirkt alles so übermaneriert bis ins kleinste Detail, damit man auch ja nichts irgendwie außen vor lässt. Und ach, es ist teilweise echt furchtbar anzusehen, die Dialoge, da fange ich wirklich so, die Dialoge sind einfach so, das ist einfach wirklich so ultraforciert, dass halt wirklich jede Person genau das ausspricht, was sie denkt. Es gibt keine Zwischentöne, keine großartige Stille, höchstens mal irgendwie, hm, lecker. Äh, oder aber, ähm, weiß nicht, also, es ist einfach alles immer so unglaublich eindeutig inszeniert. Es gibt nichts mal, was irgendwie mal im Raum stehen darf oder mal irgendwie wirken darf, sondern es ist immer alles darauf forciert, dass, naja, die nicht vorhandene Handlung eigentlich vorangetrieben wird und dass halt irgendwie die Charaktere auch sofort irgendwie mit der Tür ins Haus fallen. Also, das ist ja eigentlich immer der Reiz bei solchen, sag ich jetzt einfach mal, Dinnerfilmen, äh, das halt irgendwie erst so, so eine gewisse Normalität herrscht und dann prallen halt plötzlich Welten aufeinander. Und hier ist es halt so, ich meine, das ist eine Familie, die kennen sich seit Ewigkeiten und da ist überhaupt irgendwie kein vertrauter Umgang. Es wirkt einfach alles wahnsinnig steif und, und, ah. Plötzlich sind alle überrascht, dass sie komplett unterschiedliche politische Meinungen haben. Als ob das nicht ein Tag vorher auch schon so gewesen wäre. Wie oft sehen die sich denn so? Also, ich weiß nicht. Hoffentlich doch schon mindestens mal im Vorjahr zu Weihnachten. Ja, es ist halt auch irgendwie, also, ich fand ja auch, ähm, äh, allein schon, wie irgendwie der, der Sohn eingeführt wird, der ja irgendwie förmlich für die HJ brennt oder, äh, nicht, nicht für die HJ, auf jeden Fall für die, für die, äh, NSDAP und dann da auch mitmarschieren will. Äh, allein schon, wie er eingeführt wird, wie er halt irgendwie in seinem Zimmer den Blitz liest. Also, eine Propaganda-Zeitung. Also, erst mal, wie hat er die Bitte schön da reingeschmuggelt? Und, äh, ja, da kann man das drauf schieben. Ja, der Vater hat halt nichts mehr mitgekriegt von seinem Sohn und ihn vernachlässigt mit der Arbeit. Ja, da. Äh, aber die Mutter ist doch auch noch da. Und, dass die nicht merken, dass da irgendwie ein kleiner, äh, also, wie er dann halt schon in seiner Einführung, wie er sich so einen Scheitel zurechtzieht, vor dem, vor dem Spiegel. Also, das ist alles so unglaublich mit der, mit dem Holzhammer, dass es einfach teilweise nicht zu ertragen ist, wirklich. Ich frag mich tatsächlich so ein bisschen, was ist eigentlich das Ziel oder die Absicht des Films gewesen? Und das kann man sich ja irgendwie noch ein Stück weit zusammenreimen, nämlich, dass er einfach politische, politische, den politischen Alltag 1933 darstellen wollte. Aber dafür ist der Film viel zu oberflächlich und schafft es nicht im Ansatz, auch jeder einzelnen Strömung, möchte ich mal so sagen, auch nur im Ansatz genug Zeit zu geben. Also, insbesondere hätte mich persönlich ja durchaus mal interessiert, wie denn jetzt die Juden in Deutschland, die, und das kriegen wir in dem Film auch mit, vor der Zeit 1933 ja eigentlich sogar ein relativ gutes Standing hatten. Denn das waren durchaus auch Leute, die für Deutschland in den Krieg gezogen sind, in den Ersten Weltkrieg, die also für ihr Vaterland auch gekämpft haben und die jetzt eigentlich, also mit in der Mitte der Gesellschaft irgendwie auch angekommen waren oder eben definitiv da drin waren, wie denn da jetzt dieser Umbruch geschieht und was da für Auseinandersetzungen gibt und vielleicht auch für Einzelfälle besprochen werden können. Das hätte mich mal interessiert, aber das wird wirklich nur angekratzt. Der Rabbi hat eigentlich nichts Besseres zu tun, als immer mal, also auf der Balkonszene raucht der ein und erzählt einen Witz, so. Aber gerade der müsste doch hunderte Beispiele parat haben, wo es gerade überall brennt. Das hätte mich mal interessiert. Ja, und dann könnte man theoretisch jetzt wirklich loslegen, sich mit jeder einzelnen politischen Stimmung dazu beschäftigen, mit der Bolschewikin, glaube ich, müsste man sagen. Also, wie die so tickt. Also eben die Arbeiterklasse quasi repräsentiert ein Stück weit auch. Man könnte sich unterhalten über eben diesen Jungen, der ja letztlich nichts anderes macht, als Phrasen zu dreschen und Sachen zu wiederholen, die er irgendwo aufgeschnappt hat. Auch eine vielleicht politische oder zumindest ein Trend, den man aktuell auch irgendwo erkennen kann. Und das sind alles Sachen, das kann per se interessant sein. Aber dadurch, dass so viele Leute an diesem Tisch sitzen, alle irgendwie irgendwas zu sagen haben, bekommt keiner auch nur annähernd genug Screentime, dass dem Ganzen auch einen gewissen Wert zugeordnet werden kann. Und das Ganze auch wirklich ankommen kann beim Zuschauer. Ja, es ist halt einfach, ich würde sagen, also der Film versucht irgendwie auch zu viele Fässer aufzumachen. Also ich meine, da ist ja, um das mal kurz zu umreißen, also die Schwester des Familienvaters, die ironischerweise eher aussieht wie seine Tochter. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist beim Casting. Die ist halt lupenreine Kommunistin. Und das ist ja auch ehrenwert auf, was sie von sich gibt und so. Aber es ist halt einfach, also der Film sucht sich halt durch diese Verknappung, sucht er sich halt wirklich immer nur diese krassen Parolen. Es gibt keine konstruktive Diskussion, sondern es ist immer nur, er gibt irgendwelche Ressentiments von sich, also der Michael, der Sohn, oder aber sie. Und es prallt dann halt aufeinander. Und dann gibt es halt noch irgendwie die Ablehnung gegenüber, von wegen, also das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, eine der Töchter, findet nämlich Aaron Glickstein heraus, will, Entschuldigung, will nach Palästina auswandern und auch ihrem Bruder und noch eine Schwester mitnehmen. Und da ist dann halt auch diese Ablehnung gegenüber den Zionisten halt in Palästina, also von wegen dieser reine Judenstaat, der da damals entstehen sollte. Es ist halt, der Film versucht so viel reinzuklopfen, aber es ist einfach alles nur angerissen. Es besteht einfach viel aus unglaublich vielen Plattitüden. Und es ist, also ich weiß nicht, ich würde sogar glatt sagen, obwohl der Film halt aufgeladen ist mit politischer Relevanz, ist es eigentlich fast ein unpolitischer Film manchmal, weil er am Ende irgendwie immer nur beim Familienbild endet. Das ist mir aufgefallen zum Beispiel. Und zur Intention des Ganzen, na ja, also wenn man sich jetzt mal so ein bisschen beschäftigt hat, ich meine, der Film lief ja auch auf dem, der hatte Weltpremiere auf dem jüdischen Filmfestival. Also da ist halt schon, ja, eine gewisse Tragweite, sage ich mal. Und die Absichten von Florian Frerichs und dem Co-Produzenten, ne, ausführenden Produzenten, wohlgemerkt Ralf Möller. Ja, das ist wirklich der Ralf Möller aus Gladiator, falls den noch jemand kennt. Wir können froh sein, dass er nicht irgendwie eine Gastauftritt als SA-Spitzel hat. Also die Intention dahinter ist wohl halt wirklich zum Nachdenken anzuregen und halt zu sagen, von wegen, ja, diese Zustände, die sind halt den aktuellen in Deutschland oder generell auch in Europa gar nicht mal so unähnlich. Ähm, aber das Problem ist halt, also aus meiner Sicht, und das ist halt bei vielen dieser Filme das Problem, dass sie eigentlich gute Ansätze haben. Ich meine, es ist ja interessant, das in so eine Dinner-Situation zu verknappen und dadurch halt dann die Außenwelt draußen wieder zu spiegeln. Aber der Film verliert dann auch manchmal den Fokus. Also ich hätte es zum Beispiel gar nicht gebraucht, dass die überhaupt mal rausgehen. Ich weiß überhaupt nicht, was das sollte, dass der Vater dann irgendwie in eine Fernsprecher-Telefonzelle geht, keine Ahnung, wo sie die aufgetrieben haben in Berlin. Und er dann irgendwie mit einem Bekannten spricht, der irgendwie der zur Firma Löwe gehört. Also die Firma Löwe, die Fernseher etabliert hat. Es war auch falsch im Abspann wohlgemerkt, die sind nicht direkt der Erfinder des Fernsehers. Aber das geht ja dann eher auf die braunische Röhre zurück, aber das führt jetzt zu weit. Ich weiß einfach nicht, was das sollte, dass dann auch irgendwie angedeutet wird, dass er irgendwie auch eine Affäre hatte oder irgend so was mit einer Sekretärin. Das lenkte einfach total vom Fokus des Films ab und von dem, worum es ging. Und dann auch die Szenen im Haus. Es gab diese Szene, wo er dann irgendwie mit seiner Ehefrau streitet in der Küche und halt irgendwie sich halt drüber aufregt, ach, warum habe ich denn nicht erfahren, dass meine Tochter ihr Leben wegwerfen und nach Palästina gehen will. Und diese Szene ist so statisch. Sie stehen da irgendwie fünf Minuten vor diesem blöden Braten oder was das sein soll. Und es ist absolut keine Interaktion. Sie stehen da und sagen brav ihren Text auf. Aber worauf ich jetzt eigentlich so sprechen, oder wolltest du noch was anderes sagen, dann komme ich gleich zur Intention. Nö, ich würde mich dann auch gezielt aufs Fazit stürzen und dann hier auch ein paar Details noch aus einer Presse-Mail offenbaren. Wie sieht es aus? Gibt es was für Punkte, wolltest du noch ansprechen? Weil du Intentionen hattest jetzt angesprochen. Also mein Problem grundsätzlich bei diesen, ich meine, ich habe ja schon einige solcher ARD-Filme gesehen, sage ich mal. Also man kann es wirklich da einordnen. Es ist einfach sowas von öffentlich-rechtlich das Ganze. Das muss ja nicht automatisch schlecht sein. Und diese Verknappung ist durchaus interessant. Das Problem ist aber, dass diese Filme immer, und das ist das große, große Problem, die werden immer aus heutiger Sicht geschrieben. Da ist immer die historische Distanz und dann der Blick darauf. Man schafft es einfach nicht, sich irgendwie in die damalige Zeit und in die Leute wirklich hereinzufühlen. Und das merkt man halt auch daran, dass diese vielen Charaktere, wie sie halt orchestriert werden, sie bestehen eigentlich nur aus irgendwie ihrer politischen Haltung. Und das war's. Da gibt es noch irgendwie kleinere Subplots, die dann anscheinend auf der wahren Begebenheit beruhen, von wegen die, die, ja weiß ich nicht, hier Bolschewistin und so weiter, oder die wollen halt auswandern. Aber ansonsten werden die halt nur auf diese Haltung reduziert. Du hast das Gefühl, dass es keine Figuren sind, sondern irgendwie ein elllanger Wikipedia oder irgendein Leitartikel, der auf etliche Figuren verteilt wurde. Das wirkt komplett seelenlos. Und das ist halt das große Problem. Der Film ist halt mit dieser belehrenden, modernen Haltung von heute gemacht. Und ich meine, ich verstehe diese Intention, dass man da zum Nachdenken anregen will. Aber auf der anderen Seite ist jetzt auch die Frage, die ich mir stelle, von wegen, was jetzt Leute, die zum Beispiel nicht so das Vorwissen haben, jetzt aus diesem Film mitnehmen. Weil die werden dann denken, ach, ihr habt ja recht, die momentanen Zustände, das ist genau wie 1933. Und der Film schafft es aber überhaupt nicht, irgendwie die Zustände, die letzten Endes zur Machtergreifung geführt haben, irgendwie zu umreißen. Also, da ist ja noch viel, viel mehr. Da sind ja noch viel mehr Faktoren. Also nicht jetzt nur irgendwie der verlorene Krieg. Das ist so komplex, dieses Thema. Und zugegeben, es ist natürlich auch schwer, es auf diesem begrenzten Raum irgendwie mit einzubringen. Aber es kommt halt wirklich fast gar nicht vor. Sondern wirklich nur Plattitüden. Und das ist ein ganz großes Problem leider. Dann kommen wir doch direkt mal zum Fazit. Denn wir haben da jetzt quasi schon diverse Fazits auf den Weg hierhin gezogen. Und da brauchen wir uns da, glaube ich, auch nicht mehr so lange aufhalten. Ich habe hier eine Mail vor mir. Und da entlocke ich hier noch ein paar wichtige Infos. Zum einen ist es ein Film, der wohl ohne staatliche Förderung entstanden ist. Das heißt also, hier keine Bundesländer und eben auch der Bund beteiligt waren. Das ist schon mal interessant. Und es gab wohl auch eine Aktion am 30. Januar diesen Jahres. Ne, wird es geben diesen Jahres. Bei der man wohl 100 Schüler und Abendvorstellungen an einem Tag durchführen will. Also eben die ganzen Schulklassen jetzt in diesem Film schleifen möchte. Und ja, das ist so, also quasi Erwartungshaltung auch direkt in der Pressemail erfüllt. Ein Film, den man vielleicht braucht, um ihn danach im Geschichtsunterricht als Aufhänger zu benutzen. Aber ganz sicher nicht für eine tiefer gehende Abendunterhaltung. In meinem Gesamtfazit, dass dann insgesamt vielleicht auch doch noch ein kleines bisschen positiver ausfällt, als das, was ich jetzt bereits angedeutet habe, möchte ich aber auf jeden Fall erwähnen, dass diese ganzen offenen oder angeschnittenen Handlungsstränge, die du jetzt auch schon genannt hattest, da gibt es noch viele weitere. Da gibt es halt eine Ehefrau, die ihren Mann anscheinend nicht mehr irgendwie, sag ich mal, plump ranlässt. Oder diese Tochter, die eben auswandern will, das hast du jetzt ja schon gemeint, aber mit so einem irgendwie innerfamiliär schwelenden Konflikt von nicht ansprechen können und so, hat man immer irgendwie das Gefühl, hier fehlt noch ganz viel. Hier wurde ganz viel noch nicht erzählt. Und entweder hätte, also um kurz zu machen, dieser Film hat schlichtweg das falsche Format für das Thema. Für das Drehbuch vielleicht sogar. Entweder hätte man hier zwei, drei oder vielleicht sogar vier Teile daraus machen müssen, wo dann jeder Gang einen Teil darstellt, wo man allen Figuren deutlich mehr zwingend notwendigen Hintergrund hätte geben können. Oder aber wir hätten hier eine Serie draus machen müssen und die dann halt, keine Ahnung, auf 13, 14 Folgen verteilen, was dann ja auch genügt hätte. Aber letztlich ist das in der Form einfach nicht gut. Ja, das ist maximal ein Anfangspunkt, um sich weitere Überlegungen zu machen. Und auf gar keinen Fall mehr. Der Film selbst hat, ich meine, 1933 Kostüme, ja? Also ich meine, das ist ja auch nicht sonderlich kompliziert, das jetzt hinzukriegen. Das sind Sachen, die haben teilweise auch unsere Großeltern noch im Schrank hängen. So, das ist auch ein eher spartanisch eingerichteter Film. Ich vermute mal, das Budget wird jetzt auch nicht exorbitant gewesen sein. Wir haben relativ wenige Außenaufnahmen, von denen ich nicht unbedingt weiß, ob die jetzt im Studio entstanden sind oder Originalaufnahmen waren. Und ja, man hat so ein paar Sachen reingeschnitten. Also wir sehen insbesondere irgendeinen Marsch von der NSDAP, den sehen wir reingeschnitten. Den Fackelzug. Genau, mit Originalaufnahme reingeschnitten. Alles schön und gut. Aber ob das jetzt so diesen riesen Unterhaltungswert hat, kann ich nicht beurteilen. Kurzum, leider schafft es auch kein einzelner Schauspieler. Und das sind ganz sicher Hochkaräter dabei. Und auch ganz sicher Leute, die es richtig drauf haben, schafft es mir, seine Figur angemessen zu verkaufen. Das liegt vor allem an der mangelnden Zeit, die diese Charaktere bekommen. Und auch an diesen extrem deutlichen, überdrehten Schauspielen. Ja, wo man eben so deutlich Worte sagt und in keinster Weise mal den Eindruck zulassen kann, als wäre das jetzt eine Familie, die einfach zu Abend ist. Kurzum, der Film bekommt von mir gut gemeinte, zwei von fünf Punkten, weil das Thema per se sicherlich auch zur aktuellen Zeit ganz gut geeignet ist, weil er zum Einstieg in das Thema gut geeignet ist und weil er eben vielleicht auch so ein bisschen im Ansatz das jüdische Leben 1933 darstellt. Aber in keinem dieser Punkte geht er tief genug und ansonsten bleibt von dem Film nichts hängen. Den habe ich in Kürze, werde ich keine großen Details zu dem Film mehr nennen können. Und kommt deswegen bei zwei von fünf Punkten raus. Wie sieht es mit deinem Fazit aus? Ja, also, ich verstehe die Ehrenwerte Absicht dahinter, respektiere das auch, ich respektiere es auch. Ich meine, es ist ja irgendwo, es ist ein Regiedebüt. Und das merkt man leider durchweg, weil durch den ganzen Film weht so halt so richtig Filmhochschule. Also, er ist einfach, die Kamera ist einfach unglaublich statisch eingesetzt. Was auch ganz merkwürdig ist, ist der Musikeinsatz irgendwie. weiß ich nicht, in den Dinnerszenen, wo man sich eigentlich auf die Dialoge konzentrieren müsste, ist die ganze Zeit so ein Geigenspiel zu hören. Ja, also, wie gesagt, es ist halt so ein typischer Fall von gut gemeint, aber mäßig bis wirklich nicht gut ausgeführt. Ja. Er ist einfach unglaublich überladen an vielen Stellen und ich muss sagen, also, ich verstehe deinen Gedankengang von wegen, dass man da eine Serie heraus macht, also praktisch die Netflixisierung des Ganzen. Mhm. Aber, oh mein Gott, also, da schaudert's mich wirklich, weil, ich mag durchaus dieses Reduzierte, aber da hätte man dann einfach noch mehr Fokus haben müssen. Irgendwie auch, ich weiß zum Beispiel auch nicht, warum am Anfang irgendwie Max Liebermann auftaucht oder halt dieser Löwe-Heini, also, Sigmund Löwe, die haben da einfach nichts verloren. Das trägt nichts bei und irgendwie nur damit man, es ist halt so forciert, nur damit man halt eben wie Max Liebermann diesen Satz sagen kann, von wegen, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Das ist halt nur deswegen da drin oder auch halt hier mit Löwe, ich mein, die sind da irgendwie am Telefon, der sagt dir, hm, übrigens, ja, du erzählst mir grad von deinem Problem, aber hey, wir haben grad den Fernseher erfunden und das ist die Zukunft. Ja, genau, top, ja. Aber so jetzt zum Film an sich, also, es ist gut gemeint, es ist auch irgendwie ein Film für Schulklassen, würde ich sagen, aber eine wirklich tiefe Auseinandersetzung mit dem Ganzen ist es nicht. Es ist irgendwie in Ansätzen ganz interessant manchmal, hin und wieder, aber, also so von der Konzeption her, sag ich mal, aber von der Ausführung ist es einfach, also der Film fühlt sich vor allem unglaublich lang an, viele Szenen dauern viel zu lange und es ist halt auch so ein Film, aus dem werden halt die Leute irgendwie nur mitnehmen, weiß ich nicht, das ist halt so platt von wegen am Ende, weißt du, du hast halt diese ganzen politischen Ressentiments da drin und am Ende ist halt einfach nur dieses Fazit, ja, hm, irgendwie ist es ja gerade gar nicht mal so unähnlich und das ist, das ist einfach zu kurz gegriffen, insbesondere jetzt bezogen auf die heutige Zeit und es vermittelt auch ein falsches Bild von, von damals und, äh, ich weiß nicht, es, es ist nicht sonderlich lehrreich und Leute, die dann, also Leute, die über diese Zeit nichts wissen, die, die werden da ein bisschen herangetragen, aber die Leute, die, die das halt auch ein bisschen kennen, jetzt sei es aus dem Geschichtsunterricht, aus dem Fernsehen oder wo auch immer, ähm, die denken sich halt einfach nur, ja, das ist ein abgeklärter Film aus der heutigen Sicht gedreht und ich hab im Grunde auch keine tieferen, äh, Erkenntnisse irgendwie gehabt. Ja, also meine Entwertung, ja, ich weiß nicht, ich schwank so zwischen drei und vier von zehn, wenn ich ehrlich bin, also, äh, es ist irgendwie. Auf einer Fünfer-Skala wäre es? Auf einer Fünfer-Skala wahrscheinlich irgendwie, äh, zwei von fünf auch irgendwie. Es ist, es ist, äh, ein ehrenwerter Ansatz, aber der reicht nun mal heutzutage nicht und ich, ich könnte mir vorstellen, das ist halt so ein typischer Film, der, weiß ich nicht, wahrscheinlich dann irgendwie jetzt mit Kulturpreisen wahrscheinlich dann an manchen Stellen zugeschmissen wird, aber es ist halt immer die Frage, weißt du, es reicht halt nicht irgendwie einen Film über ein interessantes Thema zu machen, sondern du musst einen interessanten Film über ein interessantes Thema machen. Ist jedenfalls meine Meinung und der funktioniert hinten und vorne nicht als Film. So. Das sind abschließende, sehr viel, sehr desaströse, Worte, aber, äh, wirklich auch nachvollziehbare. Ähm, ja, dann habt ihr wie immer die Möglichkeit, eure Meinung zum Film auch in den Kommentaren auf Facebook, Instagram zu hinterlassen. Dominik, ich danke dir vielmals für deine Zeit, die du genommen hast, mit uns über den Film zu sprechen und freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, gerne, und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bis dann, ciao. Ciao. Herzlich willkommen zur Besprechung des Dokumentationsfilms Generation Wealth, einem Film, der jetzt am 31. Januar 2019 in die deutschen Kinos kommt. Wie das bei Dokumentation so üblich ist, könnte ich mir vorstellen, dass es keinen allzu großen Kinostart gibt. Es gibt eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 45 und das mag den einen oder anderen überraschen, wir haben hier einen R-Rated-Film. Also, wir sehen hier Nippel, wir sehen Sperma und wir sehen jede Menge weitere Sachen und was wir noch so sehen, das bespreche ich heute mit meinen beiden Gästen, ja quasi, die schon längere Zeit Teil des Telestammtisch-Teams sind. Da begrüße ich zuallererst unseren, ja, also eigentlich nicht Stammgast, also ich habe hier sogar angeboten, ihr könnt die heutige Besprechung auch mal moderieren. Moin Daniel. Hi Andi. Eine wahre Freude, dass du wieder am Start bist und dir auch die Zeit genommen hast, den Film zu gucken. Ja und dann haben wir noch jemanden dabei, der ist bei den Filmbesprechungen noch nicht so oft da gewesen, aber genau genommen ist er jemand, der seit den ersten Stunden des Telestammtisch mittendrin steht, nur dabei ist. Ihm habe ich meine erste Bewertung auf Facebook zu bedanken und er ist sowas wie einer der ersten, ja Fans des Projekts. Moin Marc. Was? Ich bin der Erste? Super. Hi. Grüß euch. Ja, ist tatsächlich so. Also wir hatten dich ja schon zu Gast, beim Batman Special warst du glaube ich dabei und natürlich auch im Interview damals bei der Con hier in Frankfurt und da kann man sagen, bist du quasi von Anfang an mittendrin, steht nur dabei. Ja, cool. Und heute geht es um Generation Wealth, einem Film, von dem ich dachte, er geht viel um Geld und es geht um Millionen. Da gleich mal an dich die erste Frage, Marc, wann hast du eigentlich deine erste Million gemacht? Ja, in Zukunft, ne? Kommt noch. Ja, also das ist ja ein Film, Dokumentation, der Eindruck könnte durchaus sein, nachdem man den Trailer gesehen hat, dass es ein Film ist, der sich um reiche Menschen dreht, um Kinder dreht und wie die in ihrer reichen, luxusvermöhnten Gesellschaft leben. Marc, würdest du sagen, das ist das Thema des Films? Ja, in einem Trailer kam es eher so rüber, ja, das war sehr abstoßend eigentlich, ob das jetzt so so erstrebenswert ist, aber der Dokumentarfilm dreht das Ganze dann doch nochmal zum Schluss hin, also man geht dann doch eher mit einem anderen Gefühl da raus, nicht so negativ, also man, für einen selber nimmt man sehr viel mit, denke ich. Was würdest du denn sagen, wovon handelt die Dokumentation? Wenn man den Trailer jetzt nicht gesehen hat, wie würdest du einem Kumpel beschreiben, wovon Generation Wealth handelt? Ja, so im Groben würde ich quasi sagen, gleich das ist so ein bisschen so ein Fazit, Geld ist nicht alles, also ist vielleicht nicht so erstrebenswert, Millionen zu haben, weil Geld irgendwie den Charakter verdirbt oder auch das Umfeld kaputt macht und man erfährt auch so ein bisschen, wie einen die Medien eigentlich auch manipulieren und das, was wir da sehen, alles nicht echt ist irgendwie, so nimmt man das irgendwie mit und ja, für mich ist es eigentlich so ein Paradebeispiel für Gier, Macht und dass das jetzt alles nicht so toll ist. So empfand ich das, also der Trailer versprach ja auch mit dem kleinen Mädchen, was man da so sieht, dieses typische US-amerikanische Verhalten von, na wie hieß das, Schönheitswettwärmen, wo die kleinen Kinder quasi schon in solche Püppchen getrimmt werden. Irgendwie wirkt der Trailer so, als wenn es irgendwie diese Richtung geht, er kippt ja nochmal komplett, dann zum Schluss auch die Fotografin, die die Dokumentation eigentlich gemacht hat, reflektiert auch nochmal in der Familie für sich, was da so passiert ist und dass sie auch nicht ganz frei von der Art ist und das mochte ich eigentlich. Also es ist so ein schöner Spiegel, den man vorgehalten bekommt. Okay. Wie du jetzt meintest, gibt es offensichtlich eine Fotografin und anscheinend hat die irgendwas gemacht. Offensichtlich ist es die Verantwortliche, in dem Fall Regisseurin. Ich vermute, dass diese Lauren Greenfield, die wir hier auf IMDb finden können. Daniel, wenn du einem Außenstehenden versuchen würdest zu erklären, wovon der Film handelt und wie der eigentlich so aufgebaut ist, was würdest du sagen? Ja, also der Film ist halt in Form einer Dokumentation aufgebaut, aber halt auch nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, sondern es geht halt um verschiedene Aspekte innerhalb dieser reichen Gesellschaft. Es beleuchtet auf der einen Seite natürlich auch diese überambitionierten Mütter, die versuchen, alles, was sie selbst nicht geschafft haben, in ihr Kind oder durch ihr Kind zu kompensieren. Man sieht auch Leute, deren Schönheit und deren das Aussehen oberste Priorität hat und die auch dann ihren Körper instrumentalisieren und dadurch halt versuchen, an die Millionen zu kommen, wie zum Beispiel Pornostars oder halt auch irgendwelche Models und sowas. Und man sieht aber auch die Schattenseite, was das alles hat. Man sieht auch dann Essstörungen, man sieht Borderlining-Syndrome, man sieht halt auch, wie emotional kaputt Leute dabei gehen oder auch, wie die Moral bei dem Ganzen komplett irgendwie verloren geht. Und es werden halt wirklich viele, viele Bereiche beleuchtet. Man sieht auch irgendwelche Rapper, wie die diesen amerikanischen Traum versuchen zu leben und dass jeder das auch für sich so ein bisschen anders definiert. Man sieht aber auch gleichzeitig und das ist, glaube ich, auch so dieser Appell des Films, dass das nicht wirklich alles ist, genauso wie Marc schon gesagt hat, sondern im Endeffekt ist es das, es ist nicht das, was glücklich macht, es ist das, was die Medien einem suggerieren, was glücklich machen soll und was man erreichen soll, um sich gut zu fühlen. Das durchaus. Aber im Endeffekt kann nichts und kein Geld der Welt eine tolle Familie ersetzen, das Lachen deiner Tochter oder auch die liebevolle Frau in deinem Bett, die neben dir liegt und die dich liebt für deinen Charakter und nicht nur für das Geld, was du auf dem Konto hast und ja, das ist umfassend auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist auch den Aufstieg und den Fall von Persönlichkeiten, die wir dann jetzt auch gleich nochmal kurz ein bisschen drüber sprechen, zu kommen, die das beleuchtet, die dann auch innerhalb ihrer Karriere gesehen haben, okay, so läuft das für mich nicht, das macht mich emotional und menschlich kaputt, wenn ich diesen Weg weitergehe, der vielleicht durch Social Media erschrebenswert erscheint und ja, wie sie dann halt damit umgehen und welche Schlüsse sie für sich daraus gezogen haben. Ja gut, dass du es ansprichst, welche Leute sehen wir denn letztlich in diesem Film? Ich hatte nach dem Trailer schon den Eindruck, das sind alles reiche oder neu reiche Leute, international, also nicht nur US-Amerikaner, sondern eben zum Beispiel auch Russen dabei oder so oder Chinesen, also international Leute, die aus irgendwelchen Gründen zu Geld gekommen sind und sich das Leben jetzt einfach schön gestalten. Sehen wir wirklich nur reiche Leute oder sehen wir auch Leute, die das vielleicht noch vorhaben? Wir sehen zum Beispiel halt auch das Leben der Autorin, nämlich sie hat ja auch jetzt dieses Projekt über, ich glaube, 25 Jahre gemacht und sie hat auch schon 2008 diesen großen Börsencrash mit dokumentiert und wie dann halt auch viele reiche Leute sehr, sehr arm geworden sind, wie dann auch Zwangsversteigerung von Häusern passiert ist und durchgeführt werden musste bei Leuten, die sich einfach dann finanziell übernommen haben und die dann halt diesen Lifestyle nicht mehr hatten oder dieses, dieses, ich muss ein Haus haben, ich muss eine Familie haben, ich muss mich drum kümmern, wo denen alleine schon das weggenommen wurde. Leute, die mir jetzt bekannt sind, ich bin jetzt auch keiner, der in dieser High Society oder auch in diesem Klatsch und Tratsch groß unterwegs ist, aber bekannte Leute für mich waren zum Beispiel halt Michael Douglas sieht man, Kate Hudson sieht man, man sieht auch Casey Jordan als Pornster vielleicht ein bisschen bekannter, man sieht die Kardashians, ganz, ganz großer Name auch dabei, weil das ja auch so die Personifikation von It Girls sind und auch für viele Frauen ein großes Vorbild ist, dass man halt durch einen großen Körper oder durch einen sehr markanten Körper auch sehr, sehr viel Geld machen kann und ja, dann sieht man halt auch solche Persönlichkeiten wie Limo Bob, der einfach nur bekannt ist, weil er eine große Limo hat und der in Amerika wohl auch in der Szene einfach jemand ist, den man kennen muss oder der dann auch einfach dazugehört, einfach alleine aus dem Grund und ja, solche Leute sprechen dann da. Über die anderen kann ich leider nicht viel sagen, weil die für mich jetzt nicht so bekannt gewesen sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marc? Hast du da noch irgendjemanden erkannt? Ich habe danach gegoogelt, sagen wir es mal so. Also diesen Florian Humm, der auch in Deutschland wohnt, ne? Genau, der hat ja so ein paar krasse Sachen gemacht, an der Börse und Co. Es wird ja so dargestellt, als wenn er quasi mit Bin Laden auf einer FBI-Liste steht. Da reichst du, Mensch der Welt, Geld zieht mich an, bla bla bla, ich brauche noch mehr Geld, 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 Geld. So wird er quasi eingeführt und nachdem hatte ich mal kurz gegoogelt. Ansonsten, alle anderen Leute haben sich erst erschlossen, nachdem der Kontext so ein bisschen geschlossen wurde. Ja, so ein bisschen Kate Hudson als kleines Idker damals schon, die sagt, meine Mutter ist berühmt und reich und bla bla. Das fand ich eigentlich generell ziemlich charmant, dass sie am Anfang mit den Teenies einsteigen, die auch mal kurz sozusagen wie in den 90ern so Beverly Hills war. Also diese, diese, dieses Mädel am Anfang, was sagt, ich habe irgendwie, bin nur da reingekommen, weil ich die hübsche Figur hatte, laut Umfragen in der Schule und die konnte dann quasi mithalten, hat aber im Endeffekt überhaupt kein Geld gehabt, die Eltern waren irgendwie arm und wurde da quasi mitgezogen. Dann gab es noch so eine, so einen Sohn von irgendeinem Rockstar, den man jetzt nicht kannte, aber der wohl ziemlich erfolgreich in den Staaten war, der im Endeffekt auch nur gefallen ist und nicht wusste, wohin quasi dem Koks und den Drogen komplett verfallen ist und generell war auch so dieser Hoch, dieses Hoch und Tief in dieser Dokumentation schön zu sehen, ja. Im Endeffekt hatten irgendwie alle eine Hochphase, wo sie dachten, es wird nicht, es kann nur noch mehr werden und mehr werden und zum Schluss doch bei einem oder anderem der tiefe Fall, dass entweder das Schicksal komplett zugeschlagen hat mit Tod in der Familie oder auch hier diese eine 40-Jährige, die noch mal schnell ein Kind kriegen wollte. Genau, wo es noch nicht funktioniert hat. Sie musste sich ja dann eine Leihmutter besorgen, weil sie einfach zu alt gewesen ist und hatte ihren Fokus immer nur auf der Karriere. Ist halt auch so ein schrittiges Thema, was man ja heutzutage auch hat. Es spielt halt auch so ein bisschen mit den ganzen Klischees. Wir befinden uns ja ähnlich in so einer Situation gerade, dass man sagt, okay, ist das jetzt der Streben wert, dieses permanente Arbeiten, also dieses Thema Workaholic kam halt auch gut raus, auch bei der Fotografin. Das fand ich sehr, sehr, sehr gut eigentlich. Ja. Aber ansonsten, die anderen kannte ich jetzt auch wirklich nur aus dem Kontext her. Die Charlie Sheen, war das Charlie Sheen? Das war Charlie Sheen, ne? Charlie Sheen, ja, der wurde kurz angeschnitten. Man sah eine Trau, die er mal hatte. Richtig, richtig. Casey Jordan war das. Genau. Davon wusste ich irgendwie gar nichts, aber dann, jetzt weiß ich sehr viel über sie. Genau. Ja. Ihr habt jetzt schon verschiedene Charaktere, also wahrscheinlich so Figuren, also das sind echte Menschen, das sind ja keine ausgedachten, fiktiven Persönlichkeiten, das sind ja echte Menschen, die echte Geschichten erlebt haben, jetzt schon rausgepickt und habt uns davon erzählt, was die so mit ihrem Geld anfangen und was für eventuelle, ja eben auch Besonderheiten, die im Charakter zumindest mal mitbringen. Hat der Film denn auch irgendeine Botschaft? Will der uns irgendwas sagen? Hat der irgendeine Aussage, ein Ziel? Oder geht es vielmehr darum, ein aktuelles Bild einer gewissen sozialen Schicht wiederzugeben? Also ich finde, am Anfang geht es halt erstmal generell darum, zu zeigen, wie krass denn Reichtum ist und wie glorifiziert das alles wird. Es zeigt halt sehr, sehr viele Menschen, die in Saus und Braus leben und deren Handtaschen nicht genug sein können und die sich auch sehr darüber definieren, wie viel sie haben. Man sieht dann auch zum Beispiel so eine asiatische Trainerin, die für 16.000 Dollar Leuten zeigt, wie man elegant eine Banane isst. Anstatt sie einfach zu schälen, muss man sie in einem richtigen Winkel aufschneiden und alles. Oder auch wie man eine Mandarine mit einer Sonnengabel öffnet. Und das ist halt auch super wichtig in der Szene, dass man sich halt so verhalten kann. Und das zeigt halt auch gleichzeitig dann wieder, wie viel Wert darauf gelegt wird und wo da die Prioritäten halt einfach sind. Später sieht man dann aber auch so im Verlauf dessen, Leute, die es versucht haben, über den Shortcut zu machen, die versucht haben, über den schnellen Weg Geld zu machen, Leute, die in dem Table Dance Business sind oder Leute auch, die halt als Pornodarsteller arbeiten, die versucht haben, über einen kurzen Weg Geld zu machen, über ihren Körper. Und das zeigt dann auch wiederum, wie schwierig das ist, durchzuhalten und dass niemand in der Lage ist, damit glücklich zu werden. Dass da die Prioritäten einfach falsch gesetzt sind. Und ich finde, insgesamt kommt dann halt auch nochmal ganz klar deutlich heraus, Models, wie die halt auch strugglen und welche Probleme die einfach haben aufgrund von Essstörungen. Wie weit verbreitet diese Essstörung generell ist in Amerika. Schönheits-OPs werden sehr kritisch hinterfragt, dass Leute da auch das Maß einfach nicht finden. Es kann durchaus hilfreich sein für Leute, die Probleme haben mit sich. Keine Frage. Also die Notwendigkeit oder die Sinnhaftigkeit, die ist da. Nur die Maßlosigkeit degradiert das alles wieder zu einer Farce und macht daraus halt ein komplettes Geschäft. Und die absolute Botschaft, also ich finde, das ist auch gar nicht subtil irgendwie untergebracht. Es ist ein Weg, den man halt geht. Man verliert oder man erlebt halt verschiedene Stationen innerhalb der Dokumentation. die auch ganz klar irgendwo definiert sind. Aber am Ende ist halt wirklich diese Kernaussage, wie eigentlich auch irgendwie so in jedem Disney-Film, dass Familie wichtig ist und dass das für kein Geld der Welt irgendwo gekauft werden kann. Genauso wie Gesundheit und einfach die eigene Glückseligkeit. Und das hat mich so ein bisschen darüber oder dazu gebracht, darüber nachzudenken, wo man denn selbst die Ziele setzt und was man denn wirklich selber braucht, um glücklich zu sein. Das ist immer cool, wenn Dokumentation dieser Art in irgendeiner Form vielleicht doch eine Botschaft haben. Und ich finde es auch schwierig, Inhalte von Dokumentation grundsätzlich zu beurteilen. Man kann allerdings schon mal versuchen, so ein bisschen auf die Methodik einzugehen. Vielleicht jetzt auch so gegen Ende unserer Besprechung. Es ist ja ein Film, bei dem ich mir sehr gut vorstellen kann, dass da auf jeden Fall eine Kapitalismuskritik mitschwingt. Ich kann mir vorstellen, dass da die Gesellschaftskritik mit drin ist und auch Popkulturkritik meinetwegen, Umgang miteinander, untereinander. Habt ihr da irgendwas erfahren in dieser Doku, was ihr vorher nicht wusstet? War da irgendwie eine Info drin oder irgendein super schockierender Moment oder Szene? Irgendwas, womit ihr jetzt, sage ich mal, echt nicht gerechnet habt? Oder waren das letztlich alles Sachen, die man in irgendeiner Form schon mal irgendwo gehört hat? Marc, wie war das bei dir? Gab es für dich irgendwas wirklich Überraschendes oder kam dir das alles bekannt vor? Ich denke, dass es nicht überraschend ist. Also für wenige wird es überraschend sein. Vielleicht für RTL-Zugucker vielleicht, keine Ahnung. Also im Endeffekt, jeder, der sich so ein bisschen mit Dokumentation auseinandersetzt hat und kennt so ein paar Sachen, man hat ja vieles schon gehört. Also auch den Banker, das sind ja alles Klischees, die da irgendwie ein bisschen näher beleuchtet werden. Und für mich ist das eher so, zeig nochmal auf, für junge Leute oder jetzt Leute in unserem Alter, die sagen, ach, vielleicht ist es doch alles nicht so erstrebend fertig. Spult quasi so ein bisschen vor. Was passiert, wenn alles nicht funktioniert und dass das jetzt nicht so toll ist. Und ja, also ich habe da jetzt nichts Neues erfahren. Es wurde einfach nur schön inszeniert, vor allen Dingen. Und hat auch die Pixel da gesetzt, wo sie sein sollten. Ja, auch intern bei der Familie von der Fotograf. Also eigentlich hat mich, wenn ich sagen sollte, irgendwas hat mich überrascht. An der Dokumentation ist es, dass es nicht einseitig wurde, sondern auch, dass die Fotografin das reflektiert hat. dass sie sehen hat, okay, meine Kinder haben jetzt nicht so eine enge Bindung wie zu dem Mann, der immer da ist, weil die Frau immer auf Dokumentationsreisen ist. Das kennt man vielleicht aus dem eigenen Umfeld. Und das war ja überraschend, dass das thematisiert wird. Normalerweise ist ja irgendwie alles mal so ein bisschen einseitig. Ja, denke ich, für mich so. Das Thema Selbstdarstellung habe ich jetzt in verschiedenen Kritiken gelesen. Nicht etwa nur, weil die Personen, die wir hier sehen, sich irgendwie selbst darstellen und irgendwie ihr Geld und ihr Lebensstil, sondern eben auch die Regisseurin, also diejenige, die quasi hier verantwortlich ist für den gesamten Film, die Lauren Greenfield, die sieht man wohl auch dauernd. Man sieht viel von ihrem Privatleben und sie würde sich selbst auch ganz schön feiern, weil sie halt schon eine ziemlich geile Fotografin ist und wir kriegen wohl auch viel mit von ihrem Privatleben und ihrer Biografie. Also kurzum, sie ist wohl auch sehr egozentriert in dieser Darstellung, was so einem Film auch echt schaden kann. Daniel, wie sah das aus? Hast du das in der Form auch wahrgenommen oder war das irgendwie kein Thema für dich? Jetzt für den Hintergrund, dass sie halt auch jetzt am 31. März dieses Jahr in Hamburg eine Ausstellung hat und dass man halt dann ihre Ausstellung sehen kann, könnte man auch durchaus den Vorwurf von gewisser implizierter Promotion unterstellen. Ich finde es, ich fand insgesamt es ein bisschen schwierig zu gucken. Ich fand es auch ein bisschen langatmig, ein bisschen zu sehr langatmig. Also ich habe Dokus gesehen, die deutlich spannender gewesen sind beziehungsweise nicht nur rein thematisch für die Thematik, da kann man jetzt nichts, aber alleine von der Art und Weise, wie sie es inszeniert hat, fand ich das jetzt nicht wirklich spannend. Ich fand es auch nicht irgendwie kritisch genug. Ich fand, man hat nicht wirklich diese gescheiterten Persönlichkeiten gesehen, die dann auch mal vielleicht mit diesen reichen Leuten konfrontiert worden sind, wo dann da ein Dialog aufgebaut wurde. Es wurde halt einfach nur Schritt für Schritt beleuchtet. Und ja, sie steht sehr im Fokus, definitiv. Ich finde aber, gerade bei ihr ist es nicht kritisch genug hinterfragt worden, weil ihre Mutter zum Beispiel sagt dann auch, ja, ich hätte es genauso gemacht, wie ich es vorher gemacht habe. Sie kommt auch aus einem sehr gut situierten Elternhaus. Ihre Mutter ist auch irgendwie Harvard-Studentin gewesen, ihr Vater auch, ihr Sohn jetzt auch und so. Also es ist halt alles schon eine eher höhere Klasse von Leuten, die jetzt verglichen mit den Superstars, die halt einfach ihren Kontostand gar nicht mehr zählen können. Nochmal eine ganz andere Nummer, aber prinzipiell ist es halt schon eine andere Art oder eine andere Klasse von Mensch. Von daher finde ich, dass das an dem Punkt da nicht wirklich kritisch genug gewesen ist. Ja, also das ist kurz dazu der Antwort und da ins Fazit reinzugehen. Also ich denke auch, also spät, also dass das quasi eigentlich mehr oder weniger ein Werbefilm für ihr Buch ist, ist spätestens am Ende klar und dann hat sich das auch irgendwie relativiert. Ja, das ist dann immer so ein bisschen schade. Im Endeffekt sieht man quasi ihren Weg, die Story, die im Buch so ein bisschen stattfinden wird bestimmt und das ist dann mal festgehalten. Also spätestens nachdem sie dann an ihrem Buch riecht oder das aufreißt, hätte eigentlich bloß noch ein Link gefehlt jetzt hier bei Amazon. Ernsthaft? Wo man dann auch gleich, also das wäre ein Kritikpunkt, den ich hätte. Die Doku kann man so weggucken und hat so ein paar Sachen, wo man sagt, ja cool. Im Endeffekt wird da von Amazon glaube ich auch präsentiert. Ja, Amazon Studios sind da beteiligt zumindest, ja. Genau, dann wird es bestimmt auch Links geben, direkt zum Kaufen und ja, wenn, dann kann man das halt kritisch hinterfragen, wenn man ehrlich ist. Ich denke, jetzt ist genau der richtige Moment, wo wir es definitiv zu einem Fazit kommen sollten. Ihr seid herzlich eingeladen, da also ein Kurzfazit von euch zu geben. Wie gefiel euch der Film? Wie viele Punkte würdet ihr vergeben? Denn ihr wisst ja, wir vergeben Punkte zwischen 0 und 5 und 0 die absolute Katastrophe und 5 ein Meisterwerk ist. Ja, also wie gefiel er euch? Wie viele Punkte vergebt ihr? Und naja, wem könnte man den Film denn empfehlen? Marc, wie sieht es bei dir aus? Magst du beginnen? Na, als ich ihn geguckt habe, hätte ich ihm fast noch eine 3,5 gegeben. Jetzt ein bisschen mit Abstand und Recherche, da hat man sich ja beeinflussen lassen, es ist eine 3, es ist grundsätzlich trotzdem eine gute Doku. Das ist so für mich schon klar. Auf 3 Sat oder Arte würde ich den nachts um 2 Uhr durchgucken quasi. Und der läuft ja im Kino, Ja, der läuft im Kino. Das ist der Plan, ja. Ist der eigentlich, wissen wir, ob der später in Deutsch kommt oder nur mit Untertitel? Weil das war für mich eher schwer, das alles zu verfolgen mit dem Untertitel, aber grundsätzlich ist das schon eine gelungene Dokumentation, ja. Also ich wäre überrascht, wenn wir hier eine deutsche Synchronisation bekämen, gerade weil dann denke ich auch viel von dem Original-Slang zum Beispiel verloren geht. Das könnte natürlich sein, aber ich wäre überrascht. Ich denke, es ist so wie üblich bei Dokus aus den Staaten eher englischsprachig mit deutschem Untertitel. Also da wird sich vermutlich nichts weiter tun. Ja, Daniel, wie sieht es bei dir aus? Wie ist dein Fazit? Wie viele Punkte vergibst du? Ja, also mein Fazit, ich sehe das tatsächlich alles ein bisschen kritischer. Ich hatte echt ein bisschen Probleme, da der Film nicht bei der Stange gehalten hat. Auch trotz der Darsteller. Ich fand es sehr langatmig. Ich fand es punktuell nicht wirklich gut inszeniert. Ich finde, man ist nicht kritisch genug vorgegangen. Ich fand es einfach nicht spannend genug. und ich fand, insgesamt war das ein bisschen zu viel von ihr und zu wenig Dialog unter den Protagonisten oder vielleicht zu wenig Kontrast, würde ich vielleicht sagen. Deswegen würde ich dem Ganzen nur zwei von fünf Punkten geben. Es ist jetzt keine schlechte Dokumentation, aber ich habe bei weitem viele, viele bessere gesehen und im Verglichen mit dem, was ich halt schon alles gesehen habe, ist das auf jeden Fall mit der Bodensatz von dem, was ich mir zu Gemüte geführt habe. Empfehlen würde ich es vielleicht Leuten, die nicht so wirklich oder die halt sehr viel mit Social Media zu tun haben, denen das auch sehr wichtig ist, die auch sich da drin sehr, sehr wiederfinden und lieber das Leben der anderen leben, um vielleicht dann ein bisschen mal wieder auf den Boden einer Tatsachen geholt zu werden und zu sehen, wo die Reise hingehen kann, wenn man sich so selbst verliert. Alle anderen Menschen, für die ist das nichts Neues. Jemand, der ein wenig selbstreflektiert ist, der erfährt da wirklich nichts Neues und für den ist es vielleicht eher langweilig, weil man da schon alles kennt. Wunderbar. Top. Marc, Daniel, ich danke euch vielmals und jetzt gebe ich auch zwei. Also ihr merkt schon, da ist noch eine Tendenz nach unten auf jeden Fall da. Und ja, ich fand es sehr fluffig, Jungs, es würde mich freuen, wenn wir das zeitnah wiederholen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr gerne. Tschüssi. Tschüss. 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 uka. Vielen Dank.